Die Organisation der Wirtschaft in einer anarchistischen Gesellschaft oder während des Stufens des revolutionären Übergangs zur Anarchie. Wesentliche libertäre soziale Revolution. Die Organisation der Wirtschaft von libertärer Substanz, Orientierung und Zweck sowie ihre Entwicklung und Entfaltung machen eine radikale Veränderung des kapitalistischen und staatlichen Systems unabdenkbar. Dieser Wandel bedeutet zwangsläufig, beide abzuschaffen und zu überwinden und die grundlegenden Grundlagen der Neukonomie und der anarchistischen Gesellschaft oder des demokratischen Sozialismus auf dem Weg dorthin zu schaffen. Weder die anarchistische noch die libertäre kommunistische Gesellschaft wird durch die Kunst der Verzauberung in einer bestimmten Phase der universellen Menschheitsgeschichte weder an einem Tag noch auf synchronisierter Weise auf weltweiter Ebene verwirklicht. Die soziale Revolution wird nicht in jedem Land der Welt gleichzeitig stattfinden. Es kann auch nicht einheitlich sein, basierend auf einem einzigen Typ oder Muster, da geografische, klimatische, ethnische, demografische Bedingungen, industrielle Entwicklung, natürliche Reichtum, vorhanden sein oder nicht vorhanden sein von Rohstoffen, landwirtschaftliche Möglichkeiten, Umweltbedingungen, Mentalität und Kultur usw. Weiter werden ihre konstruktiven Varianten beeinflussen, selbst unter dem bestimmenden Einfluss des Saftes und der libertären Orientierung, was dazu führt, dass sie entsprechend ihrer Dichte und den angegebenen spezifischen Merkmalen nicht nur universell, sondern auch universell auftreten in jedem Land das System und seine neuen Strukturen unter vielfältigen, vielfältigen und pluralistischen Profilen und Aspekten auf der Suche nach einer unaufhörlichen Verbesserung und einem harmonischen Gleichgewicht. Um dieses Ziel zu erreichen, ist das Verschwinden des Staates unter all seinen Formen die Diktatur, obwohl es als vorübergehend bezeichnet wird, alle autoritären Institutionen des Kapitalismus von wesentlicher Bedeutung. Von Privateigentum, alle Formen und Verfahren der Ausbeutung und Unterdrückung von Person zu Person, von sozialen Klassen, Rängen, Hierarchien und Privilegien, des Mitarbeiters. Obwohl die soziale Revolution in einem Land leider in ihren frühen Stadien nicht über bestimmte festgelegte Bedingungen hinausgehen kann, die unweigerlich die Merkmale des Landes selbst und die Mittel auferlegen, über die es zum Zeitpunkt seines Ausbruchs oder seines Auftretens verfügt, zumindest an der Wirtschaftsordnung, da die global betrachtete Wirtschaft nicht vom ersten Moment an in einem Augenblick geschaffen oder entwickelt wird, muss das Anliegen sein, ihren fruchtbaren Fussabdruck und ihren fest definierten Willen, Anarchisten zu erreichen, zu prägen die maximale Substanz, Errungenschaften und libertäre Entwicklung in die Realität umsetzen. Und das Motto sollte lauten, Freiheit, Brot, Kleidung, Wohnen, Kultur und Erholung für alle. Von jedem nach seinen Mitteln zu jedem nach seinen Bedürfnissen. Es wird notwendig sein, alle internen Hindernisse, Überlebende einer Vergangenheit des Autoritarismus und der Ausbeutung, die der freien Organisation der neuen Gesellschaft entgegenstehen, zu zerstören und zu beseitigen. Und es wird nicht möglich sein, auf die revolutionäre Solidarität der Welt zu zählen, die die soziale Revolution des Landes unterstützt, insbesondere wenn sie mit einer bestimmten anarchistischen vorherrschenden Typologie präsentiert wird. Alle Hilfe der international dominierenden Blöcke wird zur Satellitänisierung tendieren. Und es muss auch gesagt werden, dass es in jedem tiefgreifenden revolutionären Wandel eine Phase wirtschaftlicher Stagnation, experimenteller Versuche und der Anpassung der am besten geeigneten Strukturen an die verfolgten Ziele gibt, die den revolutionären Transformationsstrom und seinen Wert auf die Probe stellen. Und Fähigkeit zur Ausführung und Konstruktion. Stellen Sie die Existenz und das freie Funktionieren des Unternehmens sicher. Vom ersten Moment an ist es notwendig, Produktion, Versorgung, Leistungssteigerung und Produktivität sicherzustellen, ohne die produktive Arbeiterklasse auszunutzen, ohne sie zu erschöpfen, ohne sie in entfremdenden Arbeitsstandards einzusperren. Der unmittelbare Triumph der sozialen Revolution und ihrer Konsolidierung sowie die künftigen Phasen ihrer fortschreitenden Entwicklung werden weitgehend von der eigenen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und ideologischen Ausbildung der Arbeitnehmer abhängen, von dem, was wir als spezifische revolutionäre und libertäre Kapazität einzeln und global bezeichnen könnten. Berücksichtigt. Der wesentliche Faktor der neuen Ordnung muss die freie und selbstbewusste Person sein. Keine Art von Wirtschaft, die bereits alles verwirft, was sie kann angenommen, das kapitalistische und staatliche System ist mit dem Anarchismus konstitutiv. Unser Ziel ist es, in Freiheit zu leben und alles Mögliche zu tun, damit jeder es genießen und unter gleichen Bedingungen genießen kann, wie viel Land, Natur und Solidaritätsbemühungen der Menschen jedem Einzelnen ohne Unterschied bieten können. Breite Rezeption des sozialen Anarchismus. Aus den gleichen Gründen ist unser Konzept des integralen Sozialismus, des demokratischen Sozialismus breit und nicht erschöpfend, weder einseitig noch einheitlich in seinen Möglichkeiten und Modalitäten der praktischen Anwendung. Andere Formen sozialer Organisation, ob gegenseitig, kollektivistisch, kooperativ und so weiter, sofern alle Wurzeln der Ausbeutung von ihnen ausgeschlossen sind. Die Freiheit des Experimentierens mit wirtschaftlichen Modalitäten, die am gerechtesten und angemessensten ist, um die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen und den Menschen ein Maximum an Freiheit und größtmöglichen Wohlergehen zu gewährleisten, sollte in der anarchistischen Gesellschaft einen offenen Weg haben und natürlich versuchen, sie zum Laufen zu bringen gemeinsames Konzert mit der Koexistenz des Ganzen und des allgemeinen Systems auf der Grundlage der föderativen Vereinigung freier Produzenten und Solidaritätskonsumenten. Experimentierfreiheit. Das Experimentieren und Zusammenleben von Modalitäten des sozialisierenden Typs, Mutualisten, Anarchisten, Proton, anarchischen Kollektivisten, Anarchisten, Bakonen R. Müller, libertären Kommunisten oder anarchischen Kommunisten, Anarchisten, Kropotkin-Malatista, Kooperativisten, nicht kommerzialisiert, und so weiter auf lokaler, regionaler, regionaler oder nationaler Ebene kann es innerhalb des libertären Systems möglich sein, das im Wesentlichen anziehautoritäre anarchische Prinzip zu wahren, das grundsätzlich autonom und föderalistisch ist. Und besonders wenn man versteht, wie es logisch libertär ist, dass die menschliche Evolution und die der sozialen Formen nicht stagnieren und dass keine Wirtschaftsstruktur als endgültig und unveränderlich angesehen werden kann. Um immer mehr Freiheit, mehr Wohlbefinden, mehr Fülle von allem, mehr Perfektion und die optimalsten Bedingungen für die volle Entwicklung des Individuums, der sozialen Gruppe, der menschlichen Gruppe zu schaffen, muss dies die Ausrichtung und der Zweck der anarchistischen Gesellschaft sein Libertäre soziale und wirtschaftliche Organisation Libertäre soziale und wirtschaftliche Skizzen Die Wirtschaft kann sich nicht ohne soziale Basis entwickeln. Und wo der Mensch oder die Gruppe existiert, entsteht die Gesellschaft aus demselben Zusammenleben. Bedürfnisse werden mit ihren unattraktiven Forderungen selbst durch dieselbe einfache und natürliche biologische Ordnung dargestellt und, die sich auf der allgemeinen Ebene manifestieren und die kollektive Menge überschreiten, die Menschen dazu bringen, sich in der Pflicht zu sehen, eine Ordnung oder ein Regulierungsprinzip zu suchen zumindest vereinbar mit dem menschlichen Zusammenleben selbst, sei es aufgrund einer frei akzeptierten und bewusst vereinbarten Vereinbarung oder eines Vertrags, der freiwillig angewendet wird. In der anarchistischen Konzeption, zumindest in der, die die Organisationsbasis durch den Freien Pakt einräumt, ist der libertäre Kommunismus das System oder der strukturelle Mechanismus, der die Bildung und Entwicklung der Gesellschaft lebensfähiger macht, basierend auf kritischen Postuladen, die mit klarem Realismus ohne Mystifizierung interpretiert werden. Der Bedeutung und des Inhalts von denen. Basis der neuen Gesellschaft, die freie Kommune. Der Eckpfeide oder die lebende Zelle der neuen libertären sozialen Organisation ist für uns neben dem Individuum, der Gruppe, der Kollektivität, der Gewerkschaft die freie Kommune. Die freie Kommune, die sich aus jedem einzelnen Bürger zusammensetzt, kann die Funktion der allgemeinen sozialen Koordinierung im einfach administrativen Aspekt haben. Nicht von Macht oder politischer Institution, sondern von sozialem Dienst auf lokaler territorialer Ebene. Ihre Aufgaben müssen den Beschlüssen und Entscheidungen entsprechen, die die kommunalen freien Versammlungen selbst im gegenseitigen Einvernehmen getroffen haben. Aus der kommunalen Organisation muss jeglicher Autoritarismus und jede Bürokratie verbannt werden. Die Bezirks-, Regional- und Nationalverbände der freien Gemeinden können auf der allgemeinen Ebene eines Landes oder einer bestimmten geografischen und ethnischen Zone gebildet werden und sich international zusammenschließen. Die Kommune darf sich nicht auf sich selbst konzentrieren und weniger militärische Macht, die auch überhaupt verschwinden muss. Nicht einmal revolutionäre Macht. Alle politische Macht muss abgeschafft werden und niemand darf sie ausüben. Es sollte auch kein wirtschaftliches Eigentum in der Kommune geben, das ihren geografischen und historischen Begriff zu einem geschlossenen Reservat oder Lehn macht. Jede Gemeinde muss offen für Solidarität sein, sie praktizieren und empfangen, basierend auf dem Prinzip, dass alle natürlichen oder geschaffenen oder hergestellten Reichtümer, alle Produkte, Werkzeuge oder materiellen Güter ein gemeinsames Erbe sind und allen zur Verfügung stehen, wobei den Niesbrauch reguliert wird. Durch die kollektiven Regeln frei und freiwillig festgelegt. Von der revolutionären Union und ihren Funktionen. Der Organismus, der die Organisation der Arbeit und ihre Funktion in der sozialistischen sozialistischen Gesellschaft am besten sicherstellen kann, ist die revolutionäre syndikalistische Gewerkschaft, die sich aus freien Arbeitern aus Industrie, Feldern, Minen, Labors und Zentren zusammensetzt. Forschung und Suche, die von technischen Fachgebieten. Die Gewerkschaften, gruppiert nach Zweig und Industrie, in lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Verbänden. Und sie verwalten direkt unter ihrer verantwortlichen Kontrolle Fabriken und Werkstätten, Felder, Minen, Yachthäfen, wissenschaftliche und technologische Institute und sind Einrichtungen, die in der Lage sind, die Produktion aller für die Gesellschaft und ihre Bestandteile wesentlichen Gegenstände und Dinge entsprechend den Bedürfnissen sicherzustellen, dass sie sich bemerkbar machen und präsentieren und das Ziel verfolgen, mit dem Beitrag jedes Einzelnen zu den gemeinsamen Anstrengungen Fülle zu schaffen, entsprechend ihren Stärken und Fähigkeiten und ohne Ausbeutung von irgendjemandem oder Privilegien. Alle materiellen, wirtschaftlichen und technischen Ressourcen, hergestellten Gegenstände, landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Nutztiere, Fischereerzeugnisse und so weiter müssen berücksichtigt und über die geeigneten und am besten geeigneten Stellen für den Vertrieb und Austausch freigegeben werden und die gerechteste Verteilung. Die Gewerkschaftsverbände können sich aus Produktionskategorien zusammensetzen, sei es Industrie, Bauern und so weiter oder öffentliche Dienste, Postbedienste, Kommunikation, Transport und andere. Die soziale Revolution mit dem Verschwinden der Bourgeoisie und der kapitalistischen und autoritären Strukturen muss eine neue Wirtschaftsordnung schaffen, die notwendigerweise andere Arbeitsmodalitäten, Anpassungen der Fertigung, berufliche Umbauten und verschiedene Produktionsspezialitäten impliziert. Gewerkschaften nach Beruf oder Industrie haben keine politische Macht oder kein Eigentum in Fabrik. Maschinen oder hergestellten Produkten. Auch der korporatistische Proprietarismus darf in der anarchistischen Gesellschaft keine Wurzeln schlagen. Selbstverwaltung muss auf der Gewährleistung der besten und rationalsten Organisation der Arbeit und der Produktionsfunktion beruhen, die von einem hohen Bewusstsein für bewusste und freiwillige individuelle und berufliche Verantwortung kontrolliert wird. Die Selbstverwaltungsausschüsse oder Kommissionen der Fabrik, des Unternehmens, der Werkstatt oder der produzierenden Gemeinschaft werden direkt von dem in ihnen beschäftigten Personal ernannt, unterliegen regelmäßigen Erneuerungen und sind widerruflich. Die Bürokratie muss aus den Ausschüssen und überall verbannt werden. Das gleiche technische oder spezialisierte Personal sollte unter keinen Umständen den Befehlstatus erhalten. Wir sprechen uns gegen die Anerkennung des Grundsatzes aller Befugnisse gegenüber den Gewerkschaften aus, z. B. Die Erteilung von Weisungsbefehlen an technische oder spezialisierte Personen, die für einen Job verantwortlich sind und andere Arbeitnehmer gleichberechtigt betrachten müssen moralisch und effektiv, Produzenten, die in der Arbeit eines gemeinsamen Unternehmens im Dienste des Allgemeinwohls zusammenarbeiten. Verteilung und Verbrauch. Der Zweck der sozialen Organisation, die wir verteidigen und befürworten, sollte nicht der industrielle oder kommerzielle Nutzen oder Gewinn sein, der von einer Gruppe, einem Clan, einer Einheit oder einem Organ manipuliert oder monopolisiert wird, sondern das Gemeinwohl innerhalb der Föderation oder der Vereinigung der Gemeinden frei und solidarisch. Andererseits verstehen wir, dass die wirtschaftlichen Formen und Mechanismen der anarchistischen Gesellschaft nicht in eine starre Rüstung, in ein monolithisches Regime und in unbewegliche Strukturen eingebettet sein sollten. Unter Beachtung des Grundprinzips der Nichtausbeutung, der Gemeinschaft von Reichtum, Gütern, Land, Maschinen und Produkten muss alles verfügbar gemacht und individuell und gemeinsam konsumiert und genutzt werden. Und so werden Freiheit, Brot, Kultur und Unabhängigkeit in Einheit und Solidarität für alle besser garantiert und gesichert. Der allgemein koordinierte und Einzelhandelsvertrieb von landwirtschaftlichen und hergestellten Produkten kann von Verbraucherverbänden oder Verbänden auf der Grundlage von Versorgungslagen und Großhandelslieferungen sichergestellt werden, in denen die Produktionsgewerkschaften und Gemeinschaften die Produkte liefern und deponieren können durch Verbrauchergenossenschaften und Geschäfte oder qualifizierte Einzelhandelsvertriebszentren, die von jeglichem Kommerz befreit sind. Organismen der Revolution, die Sammlungen, die Produktionskollektive und sogar die gemischten Produktions- und Konsumgruppen, insbesondere in der Landwirtschaft, in ländlichen und bäuerlichen Umgebungen, können ebenfalls ein wichtiger Faktor zwischen den geeigneten und wirksamen Mitteln zur Besiedlung und Entwicklung der neuen Wirtschaft als lebenswichtige Organismen sein. Nach dem Prinzip der freien Zusammenarbeit in der neuen Solidarwirtschaft arbeiten, ohne Kommerzialisierung oder Übereinstimmung. Als praktischer und wirksamer Ausdruck einer lebendigen kollektivistisch-kommunistischen, anarchistischen, Erkenntnis kann die der libertären Kollektivitäten während der spanischen Revolution in einer gegebenen Situation des transzendentalen historischen Realismus angeboten werden, die sich als effiziente Organismen manifestiert, um die wirtschaftliche Entwicklung eines Volkes sicherzustellen vor allem in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und anderen kommunalen Organisationen, die sich gegenseitig ergänzen und sich in ihrem definierten Bereich und ihren jeweiligen Merkmalen um die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse und Funktionen der Gesellschaft oder Gemeinschaft kümmern. Sozial- und Wirtschaftsräte Unter den sich ergänzenden Versorgungsorganisationen sind durch Beratung, Information und Statistik, technische Anleitung, Suche nach perfekteren Organisationsmodalitäten, lokale und allgemeine Koordination, praktische Lehren aus denselben unterschiedlichen Erfahrungen im Vergleich zu Produktion und Verbrauch, Ausbeutung und Untersuchung der Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung und Ausbeutung neuen Reichtums gemeinsam. Es kann lokale, regionale und regionale Wirtschaftsräte geben, die zum Generalrat der föderierten Volkswirtschaft führen. Diese Wirtschaftsräte sollten keine Exekutivgewalt haben, sondern lediglich eine beratende und beratende Mission. Sie können von Delegierten gebildet werden, die von der Kommune, den Gewerkschaften, den Kollektiven, den Genossenschaften und Konsumzentren sowie den technischen und kulturellen Organisationen ernannt werden. Der Zweck der sozialen Organisation, die wir verteidigen und befürworten, sollte nicht industrieller oder kommerzieller Gewinn oder Gewinn sein, der von einer Gruppe, einem Clan, einer Einheit oder einem Körper manipuliert oder monopolisiert wird, sondern das Gemeinwohl. Die Mitglieder dieser Räte, die sogar als Sozial- und Wirtschaftsräte bezeichnet werden könnten, werden von den jeweiligen Gremien ernannt und auf erneuerbarer und widerruflicher vorübergehender Basis an sie delegiert. Unter Berücksichtigung der wesentlichen, materiellen, produktiven, Verwandten, kulturellen und künstlerischen Bedürfnisse und so weiter unter den Sozial- und Wirtschaftsräten, die dort gebildet werden könnten, sind dies Lebensmittel, Wohnraum, Kleidung, Landwirtschaft und Wiedsucht und Forstwirtschaft, Bergbau, Fischerei, Transport, Kommunikation, Grafik, Presse und Bücher, Mythologie und Stahlindustrie, Wasser, Elektrizität und Antriebskraft, das der chemischen Industrie, das der Glas- und Keramikbranke, das der Holzbranke, das des Bauwesens, das der Gesundheit, das der Kultur, der Künste und der Erholung, das der Wissenschaft, Forschung und Techniken, das der Lagerhäuser, Kredite und Austausch, Außenbeziehungen, Import und Export, die durch ihre lokalen, kommunalen, gewerkschaftlichen, kollektiven, kooperativen und autonomen Gruppen Zweige ohne Zentralismus von unten nach oben miteinander verflochten werden ein Generalrat für die Koordinierung und Solidarität autonome Einheiten und Gremien ohne Exekutivbefugnisse. Die Namen der verschiedenen Räte, die wir auflisten, können sich von den von uns Angegebenen unterscheiden. Die Kupplungen sind mehr oder weniger breit, die Abgrenzungen nach Fachgebieten oder Zweigen vielfältiger oder synthetischer als die angegeben. Und sie werden immer gemeinsam, zwischen den interessierten Parteien, direkt und ohne Auferlegung verabschiedet. Allgemeine Überlegungen Wenn wir diese Modalitäten oder Formeln zeichnen oder skizzieren, tun wir dies mit dem Hauptanliegen, autoritäre Einflüsse und Erinnerungen zu vermeiden, Tendenzen in der libertären anarchistischen oder kommunistischen Gesellschaft zu zentralisieren, zu absorbieren und zu monopolisieren und mit dem Wunsch, Freiheit, Autonomie zu geben, lebendige, strukturelle, funktionale, praktische Inhalte und Stimulatoren für größere Fortschritte und Aufstiegsverbesserungen. Wir stützen, die transformative und kreative soziale dynamische Energie auf Mann und Frau, natürlich auf ihr eigenes Gewissen, als integrales Wesen in sich selbst, individuell und als autonome Einheit, die freiwillig mit der gesamten Gemeinschaft verbunden ist. Wenn in den Phasen des Wandels und auf dem Weg zur vollständigen Verwirklichung des Kommunismus die industrielle und landwirtschaftliche Entwicklung aus verschiedenen Gründen nicht in ausreichendem Masse erreicht wurde, um Überfluss und freien individuellen Erwerb zu schaffen, ohne alle Arten von Produkten zu horten oder zu missbrauchen, es wird davon ausgegangen, dass eine Regularisierung von Verteilung und Konsum innerhalb des Systems der angewandten Sozialisation, des Kollektivismus oder des beginnenden Kommunismus nicht wesentlich war, sondern die rationalste und gerechteste sein sollte. Wir sind der gleichen Meinung, wenn die Bequemlichkeit oder Nützlichkeit eines Vergütungssystems für die Bereitstellung von Einkaufsmöglichkeiten berücksichtigt wird. Wir sind gegen ihn, weil wir befürchten, dass die Vergütung, wenn sie nicht gleich ist und trotzdem tödlich in Ungerechtigkeiten verfällt, Selbstsucht und Groll hervorruft und auf lange Sicht Ungleichheiten wederbelebt. Die Existenz von Geld, die in der libertären Soziologie bereits sehr umstritten ist, ist unserer Meinung nach ebenfalls nicht ratsam. Und wenn ein Währungszeichen auf der Grundlage von Anleihen oder Gutscheinen festgelegt wird, darf es nicht in einem bankähnlichen Gremium zentralisiert werden, sondern wenn diese Gutscheine oder Währungsanleihen von den Kommunen intern und allgemein ausgegeben werden, müssen sie dies tun in allen von ihnen kauf- und austauschbaren Wert besitzen. Die Anhäufung von Werten des Geldzeichens in Arten oder Produkten, die Anhäufung jeglicher Art seitens einer Gemeinde, einer mächtigen, wichtigeren oder wohlhabenderen Gemeinschaft oder Firma, einer stärker entwickelten Region, von ebenso müssen Zentralisierung und Monopol vermieden und bekämpft werden. Wenn ein allgemeiner Wirtschaftsplan zur Aufstellung erforderlich wird, muss sichergestellt werden, dass die beitragenden Parteien oder Einheiten oder deren Unterstützung und Ressourcen erforderlich sind oder betroffen sein könnten, nicht geopfert werden und ihn zuvor akzeptieren, denn wenn der allgemeine Wille auferlegt und manifestiert wird mit der Allmacht eine wirksamen und unbestreitbaren Macht würde das Risiko von Unterdrückung oder Ungerechtigkeit entstehen und Rebellion als unvermeidliche Abwehrreaktion entstehen. Die Gesellschaft muss wie ein lebender Organismus sein, in dem alle Zellen oder Gruppierungen von ihnen, alle Organe, ihre Funktion erfüllen, um Leben und Gesundheit zu gewährleisten, mit dem Unterschied, dass innerhalb dieses sozialen Organismus von Menschen und Menschen manifestiert sich autonom und trägt mit sich selbst bei Individualität, um es zu bereichern und zu vitalisieren und mit seiner Intelligenz, Vernunft und seinem Wissen Bewusstsein, Humanismus, harmonische Entwicklung, kreativen und aufwärts gerichteten Antrieb zu geben. Der Zweck der sozialen Organisation, die wir verteidigen und befürworten, sollte nicht industrieller oder kommerzieller Gewinn oder Gewinn sein, der von einer Gruppe, einem Clan, einer Einheit oder einem Körper manipuliert oder monopolisiert wird, sondern das Gemeinwohl. Weit entfernt von uns ist die Behauptung, die zwecklos wäre, die sozialen, ethischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Anarchismus in unveränderlichen Richtlinien zu definieren, nicht einmal in groben Zügen und nach viel weniger im Detail, wir verwenden das politische Wort aus demselben Grund nicht aus demselben Grund für die es sich eignet, wie sich die Demokratie eignet. Wir wissen, dass die Entwicklung der Geschichte weit davon entfernt ist, einer kontinuierlichen aufsteigenden Linie zu folgen, sondern eher der welligen Spur und voller Widersprüche, und durch sie entstehen die neuen sozialen und wirtschaftlichen Formen und die Entwicklung des Bewusstseins und des Bewusstseins selbst. Die menschliche Ethik wird überwunden und weicht neuen Formen, Strukturen und dem Bewusstsein für die menschliche Ethik. Sie wird überwunden und weicht neuen Formen, Strukturen und Vorstellungen, die ebenfalls vergänglich sind, in einer ständigen Erneuerung des sozialen Lebens und seiner Formen, permanente kreative Dynamik des Neuen, Prägung seiner Modulation und Prägung in die Realitäten jeder Zeit, in jeder Stadt und in der Welt. Es ist die Dialektik des Lebens, die jene Keime erzeugt, die den Fortschritt anregen, durch das Gehirn, das Gewissen und den Willen eines jeden Menschen gehen und neue vergängliche Realitäten in Formen formen. Als Anarchisten, die für alle kühnen fortschrittlichen Realisiere kämpfen und den revolutionären Geist lebendig und aktiv halten, setzen wir dem Aufbau eines freien Morgens in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess keine Hindernisse oder Grenzen und beschränken uns auf diesen Notizen rund um das Thema Laiorganisation der Wirtschaft in einer anarchistischen Gesellschaft oder während der revolutionären Übergangsphase zur Anarchie, ohne erschöpfenden Anspruch und als Beitrag zum gemeinsamen Denken und Inhalt in den Beiträgen zur libertären Doktrin, ohne Anspruch auf Originalität.